Sonntagabend, wenn das Video jetzt nicht danach rauskommt, 20 Uhr, sonst guckt es euch im Nachhinein an, ich weiß nicht genau, welche ich es hochlade, machen wir ein cooles Live zu coolen Neuigkeiten bei Libeship und heute geht es mal wieder um eine echt krasse Frage, die wird viele triggern, kann ich jetzt schon sagen, aber ja, versucht es mal, wenn ihr es kommentiert, neutral zu kommentieren. Ich fürchte, das wird für einen oder anderen schwer zu hören sein, aber ja, ich versuche einfach ein bunt gemischtes Bild, was ich so an E-Mails kriege, hier vorzulesen und dann gehört sowas auch dazu und ja, arbeiten wir uns mal ran, würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns auch auf der Lesung im Februar in Karlsruhe, kündig ich noch einmal kurz an und vor allen Dingen letzte Woche für den Frühbucherpreis für meine Ausbildung, die bald losgeht zum Libeship-Coach. Ja, es geht um das Thema Rache heute. Ja, 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 ja. Das glaube ich, es betrifft durchaus viele Menschen, teilweise habe ich das Thema auch verarbeitet in meinen Kursen, Modul 6 zum Beispiel. Aber gut, gehen wir mal rein und atmen armativ durch. Hallo, Hemmschi, könntest du mal bitte was zum Thema Rache machen? Ich hatte eine sechsmonatige Affäre mit einem verheirateten Kollegen. Ich sage es ja, also es hat gute Gründe, warum ich immer wieder sage, keine Dreiecke, weil, also selbst wenn man mal dieses offensichtliche, das vielleicht nicht fair ist und so, mal außen vor lässt, hat es ganz häufig, ich will nicht sagen immer, aber ganz häufig sehr zweifelhafte Auswirkungen auf die eigene Psyche. Affären sind häufig hochtoxisch, führen zu aller Arten von Problemen, Folgeproblemen, logischerweise. Plötzlich ist jemand schwanger, plötzlich müssen irrsinnige Summen gezahlt werden und muss den Job wechseln. Irgendwelche komischen Leute klingeln an der Tür. Ja, sollte echt überlegen, ob man seinen Hormonen da freie Bahn gibt. Aber ja, es ist natürlich menschlich und wie gesagt, x erreichen. Das ist das häufigste Thema an E-Mails, was mich erreicht. Ja, ich habe gelernt, keine Dreiecke und ich weiß, die hängen diese Mails zum Hals raus. Aber ich wäre dir trotzdem sehr dankbar, wenn du nochmal darauf eingehen könntest. Das war sehr schmerzhaft und irgendwann haben wir nur noch bestritten. Ich würde es nie wieder tun. Inzwischen ignorieren wir uns komplett. Die Situation ist für mich so schlimm und unaushaltbar, dass ich mich nun jetzt ab November einen neuen Job gesucht habe. Ja, zwar nur auf der Arbeit, das kann passieren. Allerdings ist es jetzt so, dass er sich mit einer anderen Kollegin so super versteht, dass ich glaube, dass er mich jetzt mit ihr ersetzt hat. Ja, er wird die gleiche Masche jetzt bei jemand anderem machen. Das ist ja immer das Problem, dass wir immer denken, wir sind alle so unersetzbar. Ich meine, klar, deine Energie kann keiner kopieren. Also ich meine, auf so einer tiefen, spirituellen Ebene sind wir natürlich unersetzbar. Aber auf so einer ganz pragmatischen Partner-Ebene natürlich sind wir ersetzbar. Jeder ist ersetzbar. Ich meine, wenn wir jetzt sterben, werden wir auch ersetzt. Na klar fehlt der Welt dann unsere Energie. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ihr mal Todesfälle hattet, so schlimm die auch sind. Das Leben geht ja einfach weiter. Die Sonne geht wieder auf. So ist das und so ist das auch nach Trennung. Also auf eine Art noch viel krasser. Ja, natürlich wird man ersetzt und natürlich macht also auch nicht nur du schwebst nicht im Luftlernraum deine Affäre auch nicht. Das, was die Affäre vorher gemacht hat, wird die Affäre weitermachen. Nämlich andere Frauen umgaren, rein sulzen, ins Dreieck. Und ja, das ist die Natur von vielen Dreiecken, ja, dass Menschen das auf irgendeine schräge Art lieben, in so einem Dreieck zu sein und diese Aufmerksamkeit lieben und diese Gefahr und der Swill und das Dopamin. Und wenn das Dreieck aufgelöst wird, dann wird eben möglichst schnell versucht, wieder ein neues Dreieck zu machen. Ja, also und das, was er mit dir scheinbar gemacht hat, macht er jetzt mit jemand anders und dann und danach wird er es wieder mit jemand anders machen. Danach wird er es wieder mit jemand anders machen. Warum? Weil er es kann, weil er Bock drauf hat. Was soll man dazu sagen? Die Welt ist kein Ponyhof. Die meisten Menschen, vielleicht auf eine Art wie alle, sind egoistisch. Jeder sieht zu, wie er durchkommt. Das Problem ist nur, ein großes Problem ist halt immer, dass wir kurzfristige Ziele und kurzfristigen Spaß mit langfristigen Zielen verwechseln. Und dann kommt, wenn wir das machen, ja, dann landen wir halt in Affären, Liebessucht, Drogen. Sorry, dass ich jetzt mal kurz das zusammenwerfe. Das sind natürlich riesige Unterschiede. Aber all diese Sachen, ja, die dann halt passieren. Aber das ist auch ein Teil des Lebens. Und man muss dann halt, wenn man an so einem Teil des Lebens teilhatte, muss man halt wie immer im Leben, muss man ja hinnehmen, Verantwortung übernehmen, gucken, wie es weitergeht. Ja, aber das ist natürlich, das ist jetzt verständlich. Ich meine, ich habe ja gerade mal einen Eifersuchtskurs draußen. Da geht es natürlich auch darum, ist ja im Grunde genommen, bist du eifersüchtig auf die Neue. Und also in diesen toxischen Affären entsteht halt auch super viel Eifersucht. Das ist auch, also wenn das jetzt in einer ruhigen, sicheren Beziehung entstehen, häufig einfach nicht diese Mengen an Eifersucht, weil diese ganze, wie soll ich mal sagen, Energetik im Gehirn irgendwie eine ganz andere ist. Also ich kenne, also die schlimmste Eifersucht, die ich so in meinem Leben hatte, war eigentlich immer in toxischen Beziehungen. Und so in normaleren Beziehungen kriegt man einfach gar nicht so diesen Hype. Und man denkt dann aber, es wäre irgendwie was ganz Wichtiges. Dabei ist es einfach nur, ist einfach nur so ein Hormonscheiß. Das ist irgendwie nichts mehr. Aber mit Liebe hat das ja nichts zu tun. Sie gehen zusammen Mittag essen, was er mit mir nie gemacht hat, weil ihm das zu riskant war. Ja, jetzt machst du das, was mir in letzter Zeit sehr viel auffällt. Ich kenne das Thema auch, dieses Vergleichen, Vergleichen, Vergleichen. Und warum macht er... Also deswegen sage ich auch immer, kein Kontakt, keine Information. Ich verstehe jetzt, dass das, wenn du zusammenarbeitet, unter Umständen nicht geht. Aber normalerweise sollte man es gar nicht mitkriegen. Es sollte einen, wenn man eben nicht zusammenarbeitet, überhaupt nicht interessieren, was der mit deinem Ex, mit der anderen macht, was nicht. Sollte einfach egal sein. Ihr seid auseinander und fertig. Und genauso wie er mit dir eine Affäre anfangen durfte oder eben nicht, da war das mit jemand anders. Und die neue Affäre läuft eben anders. Vielleicht denkt er sich jetzt, ja, du machst es noch spannender, noch riskanter. Also du schließt hier Schlüsse, die aus dem Nichts, du weißt nicht, was in ihm vorgeht, vielleicht will er dir auch eins auswischen. Man weiß nichts, du weißt gar nichts und schließt aus seinem Verhalten jetzt, dass du irgendwie nicht gut genug bist oder ich weiß nicht was. Das ist aber komplett sinnlos, komplett sinnlos. Aber verstehen tue ich es natürlich trotzdem. Ihr seid nicht mehr zusammen. Ich meine, ihr wart auch nur eine Affäre und nicht mal das seid ihr mehr. Also du kannst auch was machen, was du willst. Er kann machen, was er will. Ja. So, ich bin drauf und dran, seiner Frau aus Rache und Genugtuung eine Nachricht zukommen zu lassen. Ja, also ich meine, du bist jetzt nicht überrascht, wenn du mir schreibst. Ich halte da gar nichts von. Also für mich ist das 3D, also meine so Affären, ohne dass die Partner davon wissen, über sechs Monate ist natürlich auch 3D ohne Ende. Rache ist 3D, der Frauen eine Nachricht schicken ist 3D, ist alles Drama, Heckmeck. Und ja, also wenn man sehr eifersüchtig ist, liegt Rache, Gefühle häufig nicht fern. Alles menschlich, wie gesagt, ich verstehe das. Und aus dieser Rache werden häufig auch schlimme Sachen gemacht, auch gegen Männer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gegen Frauen auch, aber gegen Männer auch. Und diese Motivation ist eben Rache. Und das ist eben keine, wie soll ich mal sagen, gefährliche Motivation für andere Menschen. Und man selber ist halt so ein Schmerzkörper, dass man auch nicht darüber nachdenkt, was diese Rache jetzt wieder nach sich zieht. Weil wir sehen das ja überall auf der Welt, Rache zieht wieder gegen Rache. Und also meinst du, du rächtst dich jetzt und dann bist du so richtig durch und durch zufrieden und alles. Ich weiß nicht, was du dir jetzt vorstellst, denkst du, du rufst jetzt diese Frau an oder schickst ihr eine Nachricht. Und die Frau sagt, ach, danke, dass du als 6 Monate die Affäre mir jetzt diese Nachricht genannt hast. Und ach ja, jetzt werde ich ihm aber die Hammelbeine langziehen und dieses Schwein und soll mal einen Kaffee trinken gehen, soll mal uns Desperate Housewives angucken oder irgendeinen anderen Film, dem ist jetzt gerade einfach irgendeiner angefallen. Ne, so wird das nicht laufen. Also ich kenne Situationen, wo Frauen das gemacht haben. Und das ist, also wenn ich davon gehört habe, ist es immer komplett nach hinten losgegangen. Entweder hat es die Ehefrau nicht interessiert oder du hast selber einen Riesenärger gekriegt oder du kriegst mit deinem Typen Riesenärger. Und warum schlechte Energie noch mehr schlechte Energie hinterherwerfen? Also ich halte da gar nichts von. Und ich glaube auch persönlich nicht, tust du das selber auch nicht an so eine Motivation. Ich will nur was Gutes tun. Ne, du willst einfach Rache. Also du bist ja sehr ehrlich. Also ich halte das für eine ganz schlechte Idee. Und ich glaube, man muss sich einfach, und eine Sache ist da wirklich sehr Ego. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hart, wenn ich das sage. Aber die Ehefrau wurde auch, oder was auch immer, mit wem er da zusammen war. Also sagen wir mal, die Ehefrau wurde auch ersetzt durch dich. Ne, und du hast dir auch wenig Gedanken drüber gemacht. Und jetzt wirst du ersetzt durch jemand anderes. Ja, suck it up, würde ich da sagen. Da würde ich munter putzen, weitermachen, drüber nachdenken, ob man das will. Aber es ist natürlich, man kann sich nicht beschweren, dass man das Gleiche, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, ob das jetzt Karma gibt oder nicht, weiß ich. Also ich denke schon, dass viele Sachen zurückkommen. Aber, ja, kann man jetzt so sehen oder nicht. Aber man darf sich nicht wundern, glaube ich, wenn man bestimmte Energie ausgesandt hat, um die dann das Tante Pedis wieder zurückkommt. Ja. Und vielleicht denkst du, es kommt aber nur zu dir zurück und zu ihm nicht. Ja, also wenn man Menschen länger beobachtet, dann sieht man schon, dass vieles zurückkommt. Und wer weiß, man erlebt ja auch ein gefährliches Leben, weil immer wieder Fremdgehen und so, da kann auch mal, können auch mal echt unangenehme Sachen passieren. Also du hast ein gefährliches, also wenn man so will, ein gefährliches Leben geführt, er führt ein gefährliches Leben. Und, aber jetzt sozusagen, das ist, was ich immer wieder schwierig finde, also du kannst nicht Loyalität von jemandem erwarten, der mit dir auch schon illoyal war. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn und vielleicht hilft dir das, das nochmal klar zu machen. Ansonsten der höhere Weg ist auf jeden Fall, ja, annehmen, analysieren, munterputzen, weitermachen, die im Schicksal überlassen da, was die beiden da oder die nächsten drei da machen, selber wertebasierte Entscheidungen treffen. Und mit wertebasiert meine ich jetzt wirklich deine Werte, nicht unbedingt gesellschaftliche Werte, sondern für dich Werte aufstellen, die für dich stimmig sind. Und ich meine damit auch nicht moralische Werte, sondern einfach für sich selber ein Wertesystem aufzuziehen, weil man da langfristig einfach bessere Ergebnisse mit erzielt, als sich so kurzfristig treiben zu lassen. Und ja, und diesen guten Mann einen guten Mann sein lassen. Und dazu ist sicher, wäre das Jobwechsel wahrscheinlich sehr hilfreich, kann ich mir schon vorstellen. Wenn das kleine Kind nicht wäre, ist das mal ein schreckliches, oder ist das mal ein schreckliches verletztes Ego? Ja, ich, das ist natürlich, manche würden vielleicht sagen, es ist das Kind, ich würde sagen, es ist das Ego, ja. Ich will diese Gedanken nicht und ich will die nicht mehr sehen. Jeder Tag ist nur noch ein Krampf, denen aus dem Weg zu gehen. Ja, also das kann ich, ich fühle dich total. Und ich finde ja Jobwechsel nicht zu viel bei sowas. Ich finde, wenn man sowas Toxisches hinter sich hatte, sollte man alles dafür tun, was irgendwie Sinn macht. Es gibt manchmal, ich hatte auch schon Klienten, die hatten einfach so einen abstrusen Job wie, weiß ich nicht, Nordpol, Leuchtturmwärter und den es nur zweimal gibt auf der Erde, Nordpol und Südpol. Das ist natürlich Spaßwärts. Also die konnten den Job nicht wechseln, würde ich damit sagen. Und ja, dann geht das Leben auch weiter. Aber dem aus dem Weg gehen ist viel, viel einfacher. Und dann kannst du auch irgendwann klar denken und, glaube ich, da einen besseren Blick drauf kriegen. Mir geht es nicht gut, wenn ich mitbekomme, dass, kann ich jetzt nicht so richtig lesen, dass wie wieder was zusammen gemacht haben. Bei mir war immer alles so heikel. Ja, aber das ist, warum ich immer sage, kein Kontakt, keine Information. Weil es ist immer so, dass man mit dem nächsten Partner irgendwas macht, was man mit dem vorher nicht gemacht hat. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wollte dein Partner immer Halma spielen. Du hast gesagt, nein, ich spiele nur Menschen ärgerlich mit dir. Und dann hast du jetzt einen neuen Partner und, oder gibt eine neue Partnerschaft und die spielen dann Halma. Warum auch immer. Es ist, oder es gibt es immer wieder. Warum wollte er mit mir kein Kind? Mit der anderen hat er aber ein Kind. Ja, vielleicht sind die einfach schwanger geworden. Also, was ich auch sagen will, du weißt nicht, welche Dynamiken da wirklich passieren, warum ihm das jetzt egal ist. Und selbst wenn er in die neue, weiß ich nicht, wenn er da zu diesem Zeitpunkt jetzt da mehr Energie reingibt als zuletzt bei euch, ja, dann ist es eben so. Das ist eine typische Ego-Geschichte. Ja, dann behandelt er die eben ein bisschen zuvorkommender als dich. Trotzdem hat er sie auf den Stand einer Affäre gesetzt wie dich und wird er sich auch für die nicht trennen. Aber letzten Endes spielt es keine Rolle. Und die höchste Warte wäre natürlich Menschen, die sich trennen von uns oder von denen, dass wir denen immer nur das Beste wünschen. Dass wir denen sagen, hey, ich wünsche dir das. Ich stelle jemandem Neues für das und dass es dir gut geht. Das ist natürlich sozusagen die beste Energie, die man so haben kann. Aber ich bin übrigens tatsächlich auch der Meinung, man sollte diese Gefühle nicht runterschlucken, aber sie natürlich denen auch nicht nachgeben, ganz klar. Also sich da auch nicht melden und so, würde ich definitiv sagen. Aber man sollte sie schon wahrnehmen, weil sonst würden die so ein Eigenleben in einem und das ist auch nicht gut. Der ist eine sehr, wissen wir ja alle, in diesen toxischen Situationen kommen alle möglichen ätzenden Emotionen hoch. Und das ist auch Teil dieses toxischen Irrsinns. Und wenn du da raus bist, wird sich das schon schnell legen, denke ich. Und dir auch klar machst, dass aller, aller Voraussicht nach eine neue Affäre von diesem Typen nicht besser läuft als die alte. In diesem Sinne, ja, gespannt auf eure Kommentare. Schreibt gemäßigt bitte und wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall!